Ja, wir waren letztes Mal hier in unserer kleinen Höhle stehen gewesen, weil es nachts ist und ich eine Pussy bin und Angst habe, nach draußen zu gehen. Nein, weil ich keinen Bock habe. Und weil ich ein bisschen fahren will und ich mit Menschen, ja mit Menschen, genau mit Monster kämpfen will. Deswegen bleiben wir jetzt hier ein bisschen in der Höhle oder versuchen uns erstmal eine zu bauen. Wir versuchen ein bisschen Kohle, aber alles nix weltbewegendes. Oder wir bauen uns nach Hause, wäre auch cool. Ey, das könnten wir theoretisch machen. Wir haben... Ach doch, es war doch Uran. Entschuldige, das war doch Uran. Smaragd war das nicht. Da hatte ich letzte Folge Blödsinn, das sehe ich gerade. Und wir haben Kupfer. Oh, geil. Was suche ich jetzt eigentlich genau? Diese Zeptings. Sieben Stück haben wir. Da können wir eine kleine Farm aufbauen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach... Ey, das macht dann auch Sinn. Dann können wir uns schnell durch den Tunnel bewegen. Das wäre doch geil. Dann bauen wir uns einfach mal... Und was haben wir da? Da haben wir Rubine. Scheiße, unsere Hacke ist bald. Wir haben Holz genügt. Ah, Rubine. Super. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt geht Techett mal richtig los. Ein paar Rubine, oder? Ja, Rubine. Ein bisschen Rubine ist schön. So. Es ist ein bisschen scheitert, dass wir voll sind. Weil ich habe kein richtiges Holz. Oder? Hoppla. Äh. Scheißen, Dreckje. Ich müsste jetzt einen schnellen Abstecher machen und ein bisschen Holz holen. Dann könnten wir uns nämlich die Kiste improvisorisch dahin klatschen. Tut mir nix, Monster. Tut mir nix. Ich will nix von euch. Ah, Spinner. Spinner, Spinner. Wo bist du? Wo bist du? Ach, Skelett, ey. Hä? Und ein Creeper kommt gleich zu von hinten bestimmt. Ich hau ab. Leck mich, Creeper. Leck mich. Ohne Witz. Scheiße, ich kann ja nix einsammeln. Ich bin auch ein Trottel. Ah, auf dem blöden, komischen Stein da. Äh, Apfel, mein ich verzichte, ich bin jetzt zu blöd. Ja, aber jetzt haben wir ne Kiste. Ich mein, jetzt können wir auch heute machen. Oh, Mann. Ja, geht's weiter, ne? Weiter geht's hier. Ja, dann bauen wir uns einen Weg direkt zum Haus. Das ist, glaube ich, richtig nice, wenn wir so ein Tunnelsystem bauen. Das können wir nämlich später mit so einem, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich sag mal, mit so einem Gerät können wir dann den Tunnel ein bisschen ausweiten, also ein bisschen einen breiteren Durchgang machen, so. Aber ich sag jetzt nicht, wie die Maschine heißt. Weil, Spoilern ist nie gut. So, natürlich können wir uns auch schnell, ähm, genau. Äh, äh, ja. Äh, auch kein Mensch mehr. Nee, die brauch ich doch. Genau. So, zack. Wir arbeiten jetzt heute erst mal alles so notbedürftig. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir uns vom Schrott trennen. Müssen wir uns leider vom Schrott trennen. Was ist denn Schrott? Das kann weg. Die blöde Schaufel braucht auch kein Mensch. Play auch nicht. So, jeder. Nö. Die Maschinen kommen weg. Wir brauchen das hier. Äh, Apple, ja, Apple kann man behalten. Gratul. Das ist wichtig, denn mit Bergen, Cobbillstone. Pff, weg damit, 64.000. Was wollen wir damit? Die kriegen irgendeinen Cobbillstone Sand. Noch ein ungebratenes Fleisch. Ja, 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 ja. Sieht doch ganz gut aus, soweit. Oder? Wie sieht's aus? Ähm, ja. Gut. Ja. Ja. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit wegpacken, weil es ist alles so schöne Sachen, die wir uns hart erkämpft haben. Ach. Ich labere den hier die ganze Zeit. Da abschieben wir uns. Und gut, weil da geht's hier. Mein Schwert kommt so. Mein Schwert ist auch bei einer im Arsch. Na, egal, so. Und da haben wir schon wieder Wabi. Was? Was geht, Leute? Was geht? So. Was? Wir haben noch mehr Fackeln. Was nicht ganz. Okay. Und wir haben Silber, was geht ohne Witz, Leute. Was? Scheibe. Wir haben Silber. Komm, wir abbauen. Ich glaube, Bobby kann man nicht abbauen. Wir haben Silber, Leute. Das ist ja richtig geil. Also richtig. Nein. Oh, was klatschig ich hier. Ich kann theoretisch mal schnell notbedürftigen, äh, ich brauche mich mal in oben, oder? Ich kann ihn ja mitnehmen. Weil Koppel da mehr geniehen. Und eine Rockbank kann ihn ja auch mal von Trennen drauf. Das ist natürlich auch genügend. So, doch, doch. So, du, 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 du. Also natürlich noch mal altmodischer Open. Später bei Ticket, dann gibt es so richtig heftige Ösen. Sag ich mal jetzt in Zeit noch, oh, Schrottösen. Auch wenn es jetzt tagt ist, ich bleibe hier unten, weil wir bauen und so ein Tunnelsystemer wäre schon ganz geiles Projekt erstmal. Wir brauchen Kohle, 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 Kohle. Newt, Reinhardt, zuck. Äh, äh. Ähm, äh, ich wollte Alben, genau. Ja, das ist immer geil am Ofen. Man kann ihn überall einsetzen. Und derweil Gramm nur noch ein bisschen runter. Wir sind auf Ebene, so, noch ein bisschen, und dann würde ich sagen, können wir gleich anfangen mit, ähm, mit richtigen Graben, oder? Wie sieht's aus, wenn ich dort noch was hinklatsche? Also, ich seh nix. Ah, jetzt seh ich ein bisschen mehr was. So, ich seh nix. Ja, gut. Also, Eisen hole ich immer. Eisen lasse ich eigentlich niemals liegen. Ähm, weil das braucht mir später ganz viel, das weiß ich für Teckel, deswegen. Und Kohle ist eigentlich auch wichtig, aber ich will nicht jedes einzelne scheiße Ohrstoff sammeln, weil... ...wollte die auch fertig werden hier, so. Können wir uns hier so ausrichten? Ja, ich würde sagen, fangen wir hier jetzt an zu graben. Nee. Nee, nee, nee. Unser Haus ist so. Ja, müssen wir ein bisschen drehen. Wir bewegen uns auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Es wird halt dauern, aber gucken wir mal, was wir dann alles für Rohstoffe haben. Ach, der Ofen, der Ofen, ich vergesse den Ofen mehr, ha. Ja, wunderschön. Ähm, genau. Pass auf, ich mach jetzt aus dem Robber. Ah, ja. Hä? Wundenplanks? Und Robberholz? Hä? Also bei mir war es immer sticky, aber okay. Äh, ja. Das ist... tatsächlich, okay. Das ist wohl mein Fehler, aber eigentlich war es immer sticky, aber okay. Ich will jetzt nicht drum streiten, mir ist es eigentlich Schillig, nur auf Sache, da kommt was drauf. Eins, zwei, drei, dann machen wir das. Und wir müssen wieder scheiße loswerden. Und wir müssen wieder scheiße loswerden. Ach, Appeln, der braucht... los geht's hier. Ja, die Folge sind ja ein bisschen langweilig, weil wir hier jetzt halt ein bisschen wieder fahren. Müssen wir halt. Und wir brauchen schließlich Rohstoffe, damit wir auch unsere Maschinen unverbrauchen können. Und da wird uns wieder gleich Titan hingesetzt. Aber Moment mal, Momentu, Momentu. Wir hatten doch hier irgendwo... Titan... Ah ne, das war Smaragd. Äh... Jetzt hab ich's wirklich mit den Edelsteinen, das war Wabi. Äh... Und wir haben Eisen... Äh, ich mein... ...Milber. Ja, Milbereiden. Ich komm hier ja schon völlig durcheinander. Aber okay. Ich bin so froh, dass wir, dass ich hier mal offscreen hingeflogen bin. Und dass wir jetzt hier diese geile Rohstoffhöhle gefunden haben, wenn ich das mal... Weil ihr habt ja gesehen, was war unsere... Äh... Äh... Ja... Nein, 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 nein. Holy shit, holy shit. Ich glaube, das wird mir verdammt... Äh... Die lange Tour. Wovon bin ich? Kann ich mich trennen? Wovon bin ich? Kann ich mich trennen? Wovon bin ich? Kann ich mich trennen? Kann ich da oder... Ach... Ich seh nichts. Dann glaube ich, bei willen in der Schlucht. In einer verdammt großen Schlucht. Oh, man merkt sich. Da ist wieder so ein blöder... Texopecseeler. Und da ist ein blöder Creeper. Und der wird mir hier, glaube ich, nie in die Luft bringen. Aber ha, du blöder, geh weg. Und da kommt ein Sohn-Skelett. Okay, wir haben hier ohne Ende zu erkunden. Ich glaube, mit dem Zurückgehen muss es wohl ein bisschen warten. Wir bauen jetzt hier alles ab. Alles, was wir geben, wird jetzt abgebaut. Okay, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet, aber okay, nice, nice. Ich will mich nicht beschweren. Unseren Glück will ich mich überhaupt nicht beschweren, was wir jetzt wieder gefunden haben. Was ist das hier? Irgendwas? Alles abbauen? Ich muss mal gucken, gibt es überhaupt einen Unterschied? Nö. Wir tacken uns jetzt hier richtig übel mit Rohstoffen voll. Und da würde ich sagen, dann hat sich das richtig gut gelungen. So ein bisschen Uran abbauen, ein bisschen Verstrahlung. Gut. Ich kann die Lage nicht so überblicken. Das gefällt mir nicht. Ich will immer die Lage überblicken, die ich einfach einschätzen kann. Aber, ja, halt in der Schlucht ist es halt ein bisschen schwierig, die Lage einzuschätzen, wenn man kaum was tut. Also, da ist auf jeden Fall Robine, da ist Gold, logisch, da ist Titan. Guckt euch das an, meine lieben Damen und Herren, was wir hier schon alles haben. Wir haben... Na, genau, los. Wir haben Titan, wir haben Silber, wir haben Eisen, wir haben Kupfer, wir haben Uran, Oranium. Und was haben wir denn noch? Wir haben Moabi, neun Stück, da können wir uns ein Schwert drauf bauen. Ist, glaube ich, ein bisschen schlechter als ein Diamantschwert, aber trotzdem effektiv. Und ich sehe auch gerade wieder die Zeit, die rennt. Und ich würde sagen, dass wir das nächste Mal hier weitermachen und jetzt hier richtig heftig fahren gehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.